So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Runde Let's Play Command & Conquer Alarm Stufe Rot 3. Der Kenji ist auch wieder hier mit dabei und wir werden heute die Alliierten-Kampagne hoffentlich fertig spielen. Haben ja eh nur noch zwei Level. Hi. Und, ja, ohne große Worte, ich starte einfach mal das Video. Wunderbar, großartig! Jetzt haben sie ihre Bestimmung. Naja, vermutlich hatten sie sich das anders vorgestellt. Ich verstehe nur nicht, was mit den Russen los ist. Ich hoffe, Sie haben eine gute Erquerung. Sir, ein sowjetischer Wissenschaftler hat sich nach Berlin abgesetzt. Sein Name ist Dr. Gregor Selinski. Ich habe ihn kontaktiert. Er sagt, er hat eine dringende Mitteilung, die nur Sie und ihn angeht. Bitte stellen Sie durch. Ah, Mr. Bingham, danke. Sie müssen zuhören, bitte. Nichts ist, wie es sein sollte. Von Kurt, beruhigen Sie sich. Dieser Krieg hätte nie ausbrechen dürfen. Wir sind, um uns zu retten, in der Zeit zurückgereist und haben alles verändert. Dieses japanische Reich hat nicht mal existiert im ursprünglichen Raum-Zeitkontinuum. Wovon reden Sie, mein Herr? Wovon ich rede? Von einer Zeitmaschine. Einer Zeitmaschine? Ja, ja, Sie müssen mir glauben. Alles, was Premier Schredenko gesagt hat, waren Lügen. Und jetzt bereitet er eine Großoffensive vor in einer geheimen Basis in Kuba. Was? Eva, können wir das bestätigen? Sekunde, Sir. Der Doktor könnte recht haben, Sir. Gerade laufen einige sowjetische Schiffe mit einer mysteriösen Fracht an Bord im Hafen von Havanna ein. Doktor, wir sind noch nicht fertig mit Ihnen. Wir haben noch viele Fragen und erwarten Antworten. Danke. Kommander, hören Sie zu. Sie müssen herausfinden, was da passiert in Kuba. Wir brauchen Doktor Selinskis Informationen. Daher bin ich jetzt etwas hilflos. Tut mir leid. Ich wünschte, es wäre anders. Sehen Sie sich um und bringen Sie möglichst viel in Erfahrung. Sehr viel Zeit ist nicht, angesichts Kubas Lage vor der amerikanischen Küste. Setzen Sie Spione ein, um nicht entdeckt zu werden. Und vielleicht versuchen Sie auch, den Feind zu bestechen. Viel Glück. Es gibt Hinweise auf sowjetische Aktivitäten hier in Havanna. Das alliierte Oberkommando ist angesichts der Nähe zu mehreren Ländern der Allianz beunruhigt. Okay, das wollen wir mal losgehen. Wir müssen bereit drücken. Ihr Expeditionskorps muss die Natur und Stärke der sowjetischen Truppen vor Ort ermitteln. Sehen Sie sich hier um und bringen Sie viel in Erfahrung. Verwenden Sie Spione, um unerkannt zu bleiben. Neues Einsatzziel erhalten. Wir haben diesen Mirage-Panzer als sowjetischen Apokalypse-Panzer getarnt, um Truppen hinter die feindlichen Linien zu transportieren. Bleiben Sie in seiner Nähe, solange sein Tarnfeld aktiv ist. Dadurch sind Sie unsichtbar. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindlicher Einheit entdeckt. Einsatzziel erreicht. Neues Einsatzziel erhalten. Einheit verloren. Das war nur ein Hund. Das ist noch okay. war man die vorbei ich bestehe ich habe ein paar apokalypse-panzer die basis hier dürfen jetzt erst mal kaputt machen es ist ein satz ziel erhalten der tag ist gekommen unser verbündeter wird angegriffen Ja genau, ein Baseballstadion. Jede Kirov ist bestückt mit einer 50-Megatonnen-Bombe und fliegt zu einer ralliierten Stadt unserer Wahl. Oswedanje. Das ist Wahnsinn. Die Sowjets sind wild entschlossen, alles zu vernichten. Zerstören Sie alle diese Stadien und schießen Sie jede Kirov ab, die startet, Commander. Wenn Sie auch nur eine Maschine verfehlen, wird irgendeine Stadt dem Untergang geweiht sein. Ja, das ist jetzt unsere Mission. Modifizierte Stadien in Havanna als Ausgangspunkt für Bombenangriffe. Eine Einheit wird angegriffen. Wir müssen diese Stadien zerstören. Es darf kein Kirov-Luftschiff den kubanischen Luftraum verlassen. Unser Abschirmdienst hätte das viel früher sehen müssen. Verzeihung und viel Glück. Das erste Stadion kriege ich wahrscheinlich sogar noch mit ein paar mit dem Apokalypse-Panzer hier kaputt. Die Apokalypse ist unabwettbar. Niemand kann uns stoppen. Ausdrift weg. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Also deine Hauptaufgabe ist es, die Kirovs abzufangen. Ich werde dir dabei ein bisschen helfen, aber meine Hauptaufgabe besteht darin, die Stadien kaputt zu machen. Bau abgeschlossen. Schießen wir den Feind in die Seisheit. Was brauchen wir denn? Ich brauche eine Kaserne und ich brauche davon was. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, das Stadion ist noch kaputt. So, ein Stadion haben sie völlig zerstört. Keine Sorge. Wir haben noch reichlich Kirovs in peto. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Neue Bauoption. Schießen wir den Feind in die Steisheit. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Schießen wir den Feind in die Steisheit. Der Himmel gehört uns. Unser Stützpunkt hat angegriffen. Abkürt abgeschlossen. Neue Bauoption. Rebellatur läuft. Ausbildung. Die Kirov entkommt. Kriegst du die Kirov da hinten noch? Oh. Ganz breit. Bau abgeschlossen. Wieso nicht? Die sind überall mit grünen Ausrufezeichen markiert. Also die sind eigentlich schwer zu übersehen. Aaaaaaah. Der wäre uns fast entkommen, Commander. Sie sollten langsam aufwachen. Ja, ich wache ja schon auf. Genau. Javelin einsatzbereit. Für den Frieden. Sie haben noch eine Kirov gestartet. Klau abgeschlossen. Javelin einsatzbereit. Schau dich einfach nach den grünen Ausrufezeichen um. Vor allem nach den sich bewegenden grünen Ausrufezeichen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Wird gebaut. Taktische Einheit. Verstanden. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Unzureichender Mittel. Verstanden. Wir haben sie. Muss nachlassen. Sie sind der Wiesel. Es ist noch eine Kirov gestartet. Unzureichender Mittel. Da ist auch noch eine. Unzer Verbündeter wird angegriffen. Unzureichender Mittel. Bin auf Empfang. Peacekeeper bereit. Ah verdammt. Also die eine die da nach Süden weg geht. Die kriege ich noch. Unzer Verbündeter wird angegriffen. Ah. Unzureichender Mittel. Ich falle in seine Marine rein. Eine Einheit wird angegriffen. Endlich verbesserte Luftfahrt. Jetzt kriege ich die Dinge endlich mal richtig kaputt. Komme nach Hause. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Unzureichender Mittel. Unzer Stützpunkt wird angegriffen. Wir haben noch eine Kirov gestartet. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichender Mittel. Ich habe leider überhaupt kein Geld im Moment. Da wohin fliegt die. Wird gebaut. Einheit verloren. Kampfbereit. Abkühlt abgeschlossen. Sie sind die guten Händen, mein Freund. Angriffsbefehler teilt. Reparatur läuft. Unzureichender Mittel. Windikator ist einsatzbereit. Unzer Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Das ist ja ein Wettbewerb. Ich habe noch nicht mehr. Wer möchte spielen? Genießen Sie die Show. Eine Einheit wird angegriffen. Ist es Zeit? Commander? Verstanden. Wir haben sie. Es ist noch eine Kirov gestartet. Freie Abend. Ausbildung. Der Reiter, wo ist das Problem? Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Ich bin bereit. Wer will mit mir spielen? Sie machen keinen Ärger mehr. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgestoßen. Für den Frieden. Es ist noch eine Kirov gestartet. Im Moment sind zwei Kirovs unterwegs. Die eine hast du ja, oder? Ja. Okay, passt. Okay, die da hinten hole ich mir. Eine Einheit wird angegriffen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind uns ein Weg. Kommen nach Hause. Okay, der fliegt lang. Kein Problem. Ihre Befehle? Wir sind unterwegs. Unterwegs. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Der ist erledigt. Unzureichender Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einfach verloren. Umgebung sichern. Unser Verbündeter wird angegriffen. Geht doch nichts über die alliierte Infanterie. Unzureichender Mittel. Oh, wir dürfen ja hier schon ein bisschen Freihandel reinforschen. Mit den Geheimprotokollen. Unser Stilfonds wird angegriffen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Wie lautet unser Befehl? Ja, Sir. War zum Gehör. Wo kommt das jetzt her? Achso. Wir haben noch eine Kirov gestartet. Sie sind ja noch lästiger als eine Fliege. Es wird Zeit für die Fliegenglatsche. Muss ich dir bei irgendeiner Kirov helfen oder kriegst du die da hinten? Krieg die. Beide. Okay. Ich behalte meine Jäger eher für einen Notfall auf. Oha, da kommen Apokalypse-Panzer. Boah, dass der überall Flagg-Trupper oder sowas haben muss. Peacekeeper bereit. Soll ich etwas aus dem Weg holen? Es ist noch eine Kirov gestartet. Eine Einheit wird angegriffen. Keine Sorge, ich habe noch mehr davon. Für den Frieden. Umgebung sichern. Wird gebaut. Zentrale bitte melden. Angriffen. Was ist die nächste Kirov? Was ist die nächste Kirov? Oh, das hat mir überhaupt gar nichts gebracht. Okay. Unser Verbündeter wird angegriffen. Laut gebaut. Erwarte Befehle. Muss nachlassen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bauarbeiten laufen. Bau abgeschlossen. Ups, was machen die da unten? Ich hätte ja auch meine Kraftwerke kaputt zu schießen. Wir haben noch eine Kirov gestartet. Befehle enthalten. Apparatur läuft. Der Stiftfall wird angegriffen. Wie sind die überhaupt da hingekommen? Bin unterwegs. Unterwegs. Oder haben die die von einem Bullfrog abgeschossen? Laut gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Hallo? W- W- Wer wird mitgespielen? Ich werde ich in einen Besucher ab. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Hm. Laut gebaut. Soll ich etwas zerstören? Es ist noch eine Kirov gestartet. Apollo hier. Die Kirov, die nach Süden abhaut, nehme ich mir. Okay. Eine Einheit wird angegriffen. Es ist noch eine Kirov gestartet. Ein Sammler wird angegriffen. Einheit für los. Warte mal. Alles klar. Haben die meine... Oh, die haben meine Sammler zerstört. Einheit für los. Mal sehen, was sie so bieten. Aufsehen. Schnell weg. Wird gebaut. Neue Bauoption. Wird gebaut. Wird gebaut. Unzureichende Rote. Alles ist gut. An die Kirov nach Norden ranzufahren, ist es schwieriger geworden. Oh, fuck. Wenn du meine Jäger irgendwo brauchst, sagst Bescheid. Der Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Verstanden. Wir haben sie. Der Himmel sieht gut aus. Feinde auf dem Herd. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Position wählen. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Wird gebaut. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Es ist noch eine Kirov gestartet. Wird gebaut. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Unzureichender Mittel Mein Freund Ist es Zeit Feindlicher Ingenieur entdeckt Unzureichender Mittel Alles ist gut, genießen Sie das Feuerwerk Reparatur läuft, eine Einheit wird angegriffen Unser Stützpunkt wird angegriffen Unzureichender Mittel Der braucht noch ein bisschen Sorge Zeitbombe bereit Unzureichender Mittel Bau abgeschlossen Unser Stützpunkt wird angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Ist es Zeit Sagen Sie, was zu tun ist Dafür ist Ihr Ende Unzureichender Mittel Die Richtung Süden kriegst du, oder? Weil ich hab grad keine Jäger da Ja Unser Stützpunkt wird angegriffen Unser Stützpunkt wird angegriffen Ihr Turm wird getan werden Feuerbefehl der Teilchen So, jetzt soll's ein bisschen besser gehen Freihandels Upgrade hab ich drin Kann ich leider nicht machen Was, du kannst es nicht machen? Ja Interessant, dass auch die Tech-Bäume unterschiedlich sind Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Unzureichender Mittel Peacekeeper bereit Wir regeln das Unser Stützpunkt wird angegriffen Hallo, was macht ihr da? Ja Okay Okay Keiß raus Boah, der viele Der hat deine Basis zerfetzt Okay Ja Hm Unzureichender Mittel Das steht schon Das Problem ist, dass ich tatsächlich gerade nur einen einzigen Jäger habe Fortgebaut Ich gehöre Ihnen Du hast noch ein paar Tragflächenboote, oder? Ja Das ist gut Unzureichender Mittel Sehen Sie eine Anführung Unser Angriff ist bereit, aber ich kann ihn nicht einsetzen, weil mein Vorwurf nicht einmal rausgefahren ist Es ist noch eine Kiros gestartet Jetzt kommt da tatsächlich noch eine raus Boah Hast du irgendwas, was diese mich jagenden Dreadnoughts platten kann? Wenn meine Windikator gleich wieder da sind Genießen Sie das Feuerwerk Ja 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 Ich weiß auch, da kommen ein paar Sachen auf dich zu Schießen wir den Feinde, die Steinzeige kümmere dich da aus Unzureichende Mittel Erwarte Befehle Unser Stützball wird angegriffen Verstand Wir haben Sie Verstand Unser Verbindeter wird angegriffen Reparatur läuft Unzureichende Mittel Ja Ich bin gerade ziemlich beschäftigt Spielen wir Es ist noch eine Kiros gestartet Das sieht besser aus Ist es Zeit Keine Sorge Unzureichende Mittel Position wählen Ihre Truppen wurden aufgeregt Mission gescheitert Ziel wählen Geboren Ach, wie konnten sie das billigen? Ganze Städte werden untergehen Eine Einheit wird angegriffen Ich hätte das letzte Stadion fast gehabt Boah, Scheiße Beinah hätte ich es gehabt